Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist richtig, der Weg ist frei für freies WLAN. Denn in Zukunft gilt, wer anderen Zugang zum Internet gewährt, ist nicht mehr für die Rechtsverletzung der Nutzer verantwortlich. Diese Neuregelung ist gerade für Hotels, Cafés und Gaststätten wichtig. Sie müssen keine Abmahnungen mehr fürchten. Meine Damen und Herren, damit fördern wir eine schnelle Ausbreitung von freien Hotspots in ganz Deutschland. Ich denke, das ist ein Erfolg, den wir heute mit nach Hause nehmen können. Ich erwähne aber auch mit dem Gesetz, dass alle Access-Provider von der Haftung befreit sind. Das heißt, auch die großen Telekommunikationsunternehmen. Diesen Punkt haben wir auch in den Verhandlungen als kritisch bewertet. Denn die großen Netzbetreiber sind ja jetzt schon von der Haftung für fremde Inhalte befreit. Nun werden sie im Grunde genommen noch begünstigt. Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche entfallen auch hier für diese. Deshalb ist es richtig, mit Blick zu der Ministerin, die heute nicht da ist, Frau Ministerin Zypris, dass dieses Gesetz in den nächsten zwei Jahren überprüft wird, gerade an dieser Stelle. Im Entwurf war außerdem vorgesehen, dass Passwörter oder eine Registrierung nicht mehr vorgeschrieben sind. Meine Damen und Herren, hier hat sich die Union aber für eine Klarstellung eingesetzt. WLAN-Betreiber dürfen weiter freiwillig Sicherheitsvorkehrungen treffen. Hier haben wir die Bedenken der Hotels und Gaststätten entsprechend berücksichtigt. Eine Registrierungspflicht ist auch aus innenpolitischer Sicht wichtig. Das hat der Anschlag in Dortmund gezeigt. Der Täter konnte durch seine Anmeldung im Hotel-WLAN identifiziert werden. Der Europäische Gerichtshof hat ebenso die Registrierungspflicht unterschrieben. Noch ein Hinweis an die SPD-Kolleginnen und Kollegen und an das Wirtschaftsministerium. Auch das neue EU-Programm zur WLAN-Förderung setzt auf eine Anmeldepflicht der Nutzer. Das wird sehr wohl schon praktiziert in den Mitgliedstaaten in der Union. Denn der Europäische Gerichtshof hat eins festgehalten. Wenn es einerseits eine Haftungsbefreiung gibt, muss es andererseits auch eine effektive Rechtsdurchsetzung geben. Was hält Frau Ministerin Zypris für effektiv? Netzsperren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie sagen WLAN ja, aber nur mit Sperren. Und in letzter Konsequenz auch mit Hilfe von Netzsperren. Diese Beschränkung sollten Sie dann aber auch in der Öffentlichkeit so kommunizieren. Als Wirtschaftspolitiker der Union kann ich solche Sperren nur bedingt mittragen. Schließlich ist die Branche schon viel weiter. Deshalb wird es Sperren – und das ist letztendlich schon wieder gut formuliert im Gesetz – auch beim mehrfachen Missbrauch nicht geben. Und WLAN-Betreiber brauchen hier keine Gängelei zu befürchten. Meine Damen und Herren, aus meinem Wahlkreis Diepholz-Nienburg weiß ich, wie dringend unsere Internetversorgung im mobilen und auch im Breitbankbereich besser versorgt werden muss. Und gerade das betone ich nochmal hier im ländlichen Raum. Und ich denke, dass dieses Gesetz durchaus einen Beitrag leisten wird, dass diese Abdeckung besser werden kann. Und daher bleibt es unterm Strich. Das freie WLAN ist da, insbesondere auch für den ländlichen Raum ein Gewinn. Und deswegen tragen wir dieses Gesetz auch in dieser Fassung so mit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Knürig. Nunmehr hat das Wort der Kollege Dr. Konstantin von Notz für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.